Am 21. April 1988 geht ein Mann in der Alten Pinakothek in München, in den Saal der Altdeutschen Malerei. Als er sich unbeobachtet fühlt, schüttet er Schwefelsäure auf 4 Gemälde von Albrecht Dürer. Der Schaden wird auf 50 Mio. Euro geschätzt. Der psychisch kranke Täter will der Gesellschaft schaden. Die Meisterwerke Dürers hält er für unersetzbar. Ihre Restaurierung dauert 21 Jahre. Albrecht Dürers Kunst kennt jedes Kind. Viele seiner Werke sind zu Ikonen geworden. Man kann Dürer sicher als den bedeutendsten Künstler des frühen 16. Jahrhunderts bezeichnen. Wahrscheinlich sogar als den größten deutschen Maler überhaupt. Für viele ist Dürer ein ehrwürdiger alter Meister. Doch dieses Klischee aus dem Schulbuch trügt. Zu seinen Lebzeiten war er berühmt, innovativ und sogar so revolutionär, dass man ihn nicht mehr verstanden hat. Das Nürnberger Genie hat die Kunst für immer verändert. Mit seiner Nacktheit. Mit seinen Dämonen. Mit seinem Witz. Terra X begibt sich auf die Spuren eines Genies, das sich selbst unsterblich gemacht hat. Mithilfe seines AD-Monogramms wird Dürer der erste weltberühmte Künstler. Forscher entschlüsseln die Geheimnisse seiner Meisterwerke. Doch wer war dieser deutsche Superstar der Malerei? Ausgangspunkt der Spurensuche ist ein bahnbrechendes Gemälde. Es zeigt Albrecht Dürer im Alter von 28 Jahren. Heute hängt es in der alten Pinakothek in München. Man kann sicherlich sagen, dass Dürers Selbstbildnis für die alte Pinakothek das ist, was die Mona Lisa für den Louvre ist. Und für die reisen auch die Menschen aus der ganzen Welt, um dieses eine Bild zu sehen. Dürer zieht alle in seinen Bann. Der gerade Blick, der uns fixiert und der ja auch dazu führt, dass man dieses Selbstbildnis Dürers, wenn man es einmal gesehen hat, nie wieder vergisst. Dass dieser Blick so unmittelbar wirkt, das hängt mit der Frontalität zusammen. Unerhört. Bisher hatten Maler nur Jesus Christus so dargestellt. Albrecht Dürer schert sich nicht darum. Das Gemälde hat etwas Absolutes. Etwas, was nicht steigerbar ist an Intimität zwischen dem Dargestellten und dem Betrachter. Niemand konnte so wirklichkeitsgetreu malen, wie Albrecht Dürer. Fast vergisst man, dass es ein Gemälde ist. Und plötzlich steht man nicht mehr in der Pinakothek, sondern schaut Dürer im Jahre 1500 in seinem Atelier beim Malen dieses Meisterwerks über die Schulter. Kein Maler vor ihm hat scheinbar unwichtige Details so präzise ausgearbeitet. Etwa ein kleines Stück Pelz, das er zwischen den Fingern hervorschauen lässt. Der junge Maler will der Welt zeigen, was er kann und wer er sein möchte. Der Pelz auf dem Münchner Selbstbildnis signalisiert in eine Auftraggeberschaft hinein, ich bin in der Lage, eure kostbare Gewandung malerisch perfekt darzustellen. Vielleicht war das auch ein Grund für diese Überheblichkeit, sich im Pelz zu zeigen. Pelz durfte Dürer laut Kleiderordnung gar nicht tragen. Was soll's, er liebte einfach den großen Auftritt. Dürer fiel auf mit diesen Locken und vor allem dann in Kombination mit dem Bart. Beides zusammen ging eigentlich gar nicht. Wo die Grenzen zum Gag waren, wo man vielleicht auch über ihn gelacht hat, das wissen wir nicht. Aber es ist durchaus anzunehmen, dass es dem einen oder anderen Nürnberger etwas zu weit ging, diese Selbstdarstellung, die dieser junge Maler betrieb. Albrecht will provozieren und sich von der Masse abheben. Er strebt nach Erfolg. Ich will hier ein kleines Licht anzünden, schreibt er in einem Brief. So mag mit der Zeit ein Feuer daraus geschürt werden, das durch die ganze Welt leuchtet. Albrecht Dürer ist der erste Maler, der sich nicht mehr als Handwerker sieht, sondern als schöpferischer Geist. Damit ist er der erste moderne Künstler. Die Zeitenwende zum 16. Jahrhundert ist einer der fruchtbarsten Epochen der europäischen Geschichte. Niemals hat der Mensch in so kurzer Zeit so viel neu erdacht, die Grenzen des bekannten Wissens gesprengt. Michelangelo schafft in Florenz Monumentales. Und Leonardo da Vinci macht sich mit der Mona Lisa unsterblich. Italien ist das Zentrum der Renaissance. Das starre Mittelalter klingt aus. Der Mensch steht jetzt im Mittelpunkt. Die Nürnberger Humanisten um Willibald Pirckheimer wollen beweisen, dass auch nördlich der Alpen Bildung und Kunst eine Blütezeit erleben. Dafür brauchen sie, wie in Italien, passende Maler. Albrecht Dürer, neugierig und zu allem bereit, ist ihr Mann. Pirckheimer unterrichtet den kreativen Querkopf und wird zum lebenslangen Freund. Für Albrecht Dürers Eltern war Bildung noch ein schier unerreichbares Gut. Und eine Familie zu gründen, war mit Risiken verbunden. Nur drei von 18 Kindern, die Mutter Barbara zur Welt bringt, überleben. Albrecht ist lange Zeit der einzige Spross der Familie. Das Geschwistersterben gehört zu seinem Alltag. Später wird Albrecht seine Mutter malen. Da ist sie knapp über 40 und ein letztes Mal schwanger. Kurz vor ihrem Tod, mit 63, porträtiert er sie noch einmal. Der Vater, Albrecht Dürer der Ältere, war aus Ungarn eingewandert. Er hat es in Nürnberg zum ehrbaren Goldschmied gebracht. Nürnberg ist um 1500 mit 40.000 Einwohnern eine Großstadt von europäischem Rang. Hier kreuzen sich mehrere Handelswege. Kaufleute aus Italien und dem Baltikum verkehren in den Straßen. Wohlhabende Patrizier steuern die Geschicke der Stadt, deren Reichtum auf dem Fleiß und dem Können ihrer Handwerker beruht. Goldschmiede wie Albrecht Dürer Senior genießen hohes Ansehen. Nürnberg ist ein wahren Schmelzpunkt, aber auch ein Schmelzpunkt für Ideen. Die Begegnung mit Fremden, mit Exotischem, das ist auf den Straßen dieser Stadt präsent, wenn Dürer mit seinem Vater 1480 unterwegs gewesen ist. Schau mal, Hasen! Die bunte Welt, direkt vor der Haustür, weckt die Neugier in Albrecht Junior. Das Geschäft des Vaters floriert. Bestellungen kommen nicht nur aus Nürnberg. Dürers Wunsch ist es, dass der Sohn einmal in seine Fußstapfen tritt. In seiner Goldschmiede-Werkstatt bildet er ihn aus. Doch es kommt ganz anders. Albrecht? Albrecht, was machst du denn da schon wieder? Du sollst polieren. Ich male nur ein bisschen. Zeig mal her. Das ist gut. Danke. Das ist sehr gut. Bald lässt der Vater seinen Sohn ziehen. Albrecht darf eine Lehre als Maler beginnen. Seine Zeichnung ist nichts weniger als das erste Selbstbildnis eines Kindes in der Geschichte. Heute befindet sie sich im Museum Albertina in Wien, in der Obhut von Christoph Metzger. Mit dem Selbstbildnis als 13-Jähriger fängt Dürer wirklich gleich mal mit einem Powerwerk an. Er wagt sich gleich an eine der schwierigsten Zeichentechniken überhaupt, die in der damaligen Zeit gepflegt wurden, die Silberstift-Technik. Es können eigentlich kaum Korrekturen gemacht werden. Es kann nicht radiert werden, man kann nicht retuschieren. Jeder Strich muss sitzen und jeder Strich sitzt hier auch. Ein Beweis eines sehr frühen, sehr hohen Talents. Die meisten Werke Dürers sind heute von unschätzbarem Wert. Sie werden, wie hier in Wien, in Hochsicherheitsbereichen aufbewahrt, unter idealen Bedingungen. Die Albertina besitzt die meisten Dürer-Werke weltweit. Darunter eines der berühmtesten Bilder der Welt. Es gibt ihn tatsächlich, den Dürer-Hasen. Hier haben wir ihn. Es ist ein unglaublich empfindliches Stück auf Papier. Die Farben, die Pigmente sind nicht sehr lichtstark. Und das ganze Objekt würde, wenn wir es permanent zeigen würden, sehr schnell altern und irgendwann dem Untergang entgegen gehen. Der Original-Hase wird daher fast nie der Öffentlichkeit gezeigt. Dürer hat den Hasen aus seiner natürlichen Umgebung genommen. Wie auf dem Seziertisch liegt er vor dem Betrachter. So hat niemand zuvor ein Tier gemalt. Sein Atelier wird zum Labor. Dessen Fenster macht er in der Spiegelung des Auges sichtbar. Jedes einzelne Barthaar ist von einer feinen weißen Linie begleitet. Eine haarfeine weiße Linie, um wirklich den Glanz und die Materialität uns glaubhaft und anschaulich zu machen. Bald wird die Konkurrenz aus Italien auf das junge Genie mit der herausragenden Begabung aufmerksam. Es gibt schon zu Lebzeiten eine Anekdote von Albrecht Dürers Aufenthalt in Venedig. Dort kommt Giovanni Bellini zu ihm ins Atelier und bittet ihn um den Pinsel, den er verwendet, um so detailgetreu Pelz und Haar darstellen zu können. Dürer nimmt sein ganzes Angebot am Pinseln, vom kleinsten bis zum breitesten, präsentiert sie Giovanni Bellini und sagt zu ihm, nimm dir welchen du willst, ich kann es mit jedem. Bei Dürer mischt sich außergewöhnliches Talent mit großem Selbstbewusstsein. Er weiß, dass er das Zeug dazu hat, in die Liga der ganz Großen aufzusteigen. Ich glaube, der Hase gehört wirklich mit Mona Lisa und solchen Werken zu jenen, die weltweit die bekanntesten Kunstwerke und Artefakte aus der Vergangenheit überhaupt sind. In die gleiche Kategorie fallen die betenden Hände. Was Dürer nur als Detailstudie für ein großes Altarbild diente, ist heute auf der ganzen Welt bekannt. Die Hände sind zu einem der am meisten reproduzierten Motive aller Zeiten geworden und zum Kitsch-Symbol. Auf unseren Friedhöfen sind die betenden Hände auf jedem vierten, fünften Grabstein drauf. Aber die Facettenhaftigkeit und damit in gewisser Hinsicht doch auch die Wirkkraft dieser Werke, die ist schon phänomenal. Selbst auf dem Grab von Andy Warhol finden sich die unsterblichen Hände. Und zwar typisch Warhol, seitenverkehrt. Der Guru der Pop-Art galt als Meister der Eigenvermarktung. Seine Selbstbildnisse verhehlen nicht, wer offenbar sein Vorbild war. Albrecht Dürer. Albrecht Dürer will festhalten, was die Welt ihm bietet. Auch wenn er dafür die Grenzen des Erlaubten überschreiten muss. Die Hand, könntest du die hier hinhalten ungefähr? Ja, sehr schön. Stopp. Die Finger ein bisschen zusammen. Ja, wunderschön. Die sogenannte Badefrau gilt als das allererste nach einem lebenden Modell gezeichnete Aktporträt. Nacktheit wurde bis dato nur bei religiösen Motiven wie Adam und Eva geduldet. Dürer ist das egal. Im Männerbad tritt er selbst mit auf, als potenter Spaßvogel. Wenn wir uns den Wasserhahn anschauen, der das eigentlich in der Unterhose verborgene Geschlecht wieder ansichtig macht, dann ist da durchaus Dürers Humor zu sehen, der da durchblitzt. Christine Demele hat in Weimar ein Selbstbildnis-Albrecht Dürers erforscht, das nicht öffentlich zugänglich ist. Der Maler zeigt sich darauf, wie Gott ihn schuf. Was mich an der Zeichnung fasziniert, ist tatsächlich dieses Geheimnisvolle, was sie ausstrahlt. Dass Dürer uns hier einen ganz intimen Einblick gibt. Und er hat sich jetzt seinen eigenen Körper eigentlich als Studienobjekt auserkoren und zeichnet minutiös, was er sieht. Auffällig ist der unterschiedliche Detailgrad der Zeichnung. Dürer skizziert seinen Kopf nur mit wenigen Strichen. Wenn wir den Blick weiter nach unten wenden, sehen wir, dass das Geschlechtsorgan sehr detailliert ausformuliert ist. Die einzelnen Schramhaare sind minutiös dargestellt. Das eine ist natürlich der Kopf als kreativer, schöpferischer Pol, das Geistige. Und auf der anderen Seite wohnt ja auch in dem Genital eine Schöpferkraft, eine natürliche Schöpferkraft. Und so haben wir also Schöpferkraft auf verschiedenen Ebenen. Aus der Renaissance gibt es kein vergleichbares Akt Selbstbildnis. Das ist völlig einzigartig. Auch mit seinem Frauenbad überschreitet der Künstler die Grenzen damaligen Sittengefühls. Eine Badestube dient ihm dazu, verschiedenste Frauenkörper darzustellen. Jung und alt, dünn und dick, Dürers Badende entsprechen keinem Ideal. Zudem spielt er mit pikanten Details. Eine der Frauen blickt besorgt zur Decke. Vermutet sie dort einen ungebetenen Zuschauer? Den gibt es in der Tat. Dürer hat den Spanner ganz hinten versteckt. Bei dem Frauenbad ist ja das Interessante, dass es ja so ein Voyeur-Stück ist. So präsentiert Dürer uns eben was, was eigentlich nicht zu sehen ist oder nicht zu sehen sein darf in der Öffentlichkeit, weil die Frauen da ja unter sich waren im Bad. Hinter dem Interesse für hüllenlose Körper steckt bei Dürer weit mehr als Voyeurismus. Er ist getrieben von einem schier unstillbaren Forscherdrang. Kein Motiv ist ihm zu banal und seien es nur die Falten eines Stoffes. Er will die Welt mit seinen Bildern ergründen. Mit Bildern drückt er sich aus. Über tausend Zeichnungen sind heute von ihm erhalten. Und viele stellen die Wissenschaftler immer noch vor Rätsel. Thomas Eser hat viele dieser Zeichnungen untersucht, weil ihn interessierte, wie Dürer gearbeitet hat. Er ging etwa der Frage nach, warum Dürer oft auch die Rückseite seiner Blätter bemalte. Und welchen zeitlichen Zusammenhang es zwischen beiden Seiten gibt. Die auf beiden Seiten. Die haben wir tragen. Oliver Hahn von der Bundesanstalt für Materialforschung in Berlin unterstützt ihn dabei. Um Dürer und sein Werk entschlüsseln zu können, suchen Kunstgeschichtler wie Eser verstärkt die Zusammenarbeit mit anderen, oft hochtechnologischen Wissenschaftsbereichen. Mit fluoreszierenden Röntgenstrahlen können die Berliner Spezialisten die chemische Zusammensetzung von Tinte an verschiedenen Stellen einer Zeichnung bestimmen. Die Mixturen, die Albrecht Dürer sich vor 500 Jahren ansetzte, waren nur wenige Tage haltbar. Jede dieser Tinten hat daher ihren eigenen Fingerabdruck. Die Analyse dieses Werks zeigt, Vorder- und Rückseite wurden mit der gleichen Tinte erstellt. Dürer drehte das Blatt einfach um und zeichnete sich spontan selbst. Bei dieser Zeichnung zeigen die Messungen, dass Dürer mehrere Tinten verwendet haben muss. Auch in diesem Fall hat Dürer beide Seiten benutzt. Immer wieder wurde versucht, einen Zusammenhang zwischen den Zeichnungen herzustellen. Die Analyse der Rückseite offenbart. Du hast eben ganz unterschiedliche Werte und siehst also hier, das ist die Kupferkonzentration, also Kalium, Mangan, Kupfer, Zink, Blei. Und die haut einfach raus, das ist eine andere Tinte. Und das heißt, Dürer hat solche Blätter als Arbeitsmaterial in der Schublade liegen. Papier ist teuer, eine leere Blattseite ist was wert. Und erst Jahre später nimmt man es wieder zur Hand und zeichnet. Was ganz anderes drauf. Die beiden Seiten haben dann gar nichts miteinander zu tun. Die wissenschaftliche Spurensuche gibt Einblick in Dürers Charakter. Selbst einfache Skizzen hat er mehrmals überarbeitet. Man möchte ihm gern immer im Atelier über die Schulter schauen. Man ist ihm auch wahrscheinlich nirgends so nahe als beim Zeichnen, weil das ist etwas sehr Intimes. Und da liefern uns die technischen Daten eigentlich sehr viele neue Argumente, dass Dürer sich nicht hinsetzte und genieartig die Dinge runterzeichnete und dann so ein AD drunter setzte, sondern dass er mit einer produktiven Unzufriedenheit gearbeitet hat. Hier ist ein Perfektionist am Werk, der viel Fleiß investiert, um es ganz nach oben zu schaffen. Harvard University, Cambridge, USA. Der Amerikaner Joseph Körner ist einer der führenden Experten für Renaissance-Kunst. Wenn er hier Erstsemester aus der ganzen Welt unterrichtet, steht Albrecht Dürer ganz oben auf dem Lehrplan. Vor allem, weil der Nürnberger eine künstlerische Technik zur absoluten Meisterschaft trieb, die vor 500 Jahren noch relativ neu war. Die Druckgrafik. Dürers Kupferstiche und Holzschnitte sind bis heute unerreicht. Zum Beispiel die vier apokalyptischen Reiter. Dürers Thema, der Weltuntergang. Nah am Zeitgeist landet er einen Hit. Großes Kino. Der Druckstock ist ein geschnitzter Holzblock. Es sieht wie eine Zeichnung aus, aber jede dieser schwarzen Linien ist hervorstehendes Holz. Das heißt, alles andere drumherum musste entfernt werden. Es sind die Details, die dieses verstörende Bild zum Leben erwecken. Das Horrorszenario macht Dürer endgültig berühmt. Die Ängste der Menschen als Psychothriller. Wir sehen das Ende der Welt. Mit dem Holzschnitt gelang es ihm als Erstem, den Weltuntergang bildlich begreifbar zu machen. Dürer ist der erste Künstler, der auch für die Masse produziert. Die Drucke seines Rhinoceros sind eine Sensation. Der Detailreichtum verblüfft die Betrachter. Und das, obwohl Dürer das exotische Tier nur aus Erzählungen kannte. Schätzungsweise 4500 Exemplare verkaufte er davon. Mit der Drucktechnik kann ein Künstler seine Werke tausendfach vervielfältigen. Was er erschafft, gelangt so zu Kunden quer durch Europa und sogar darüber hinaus. Den Vertrieb der Druckgrafiken übernimmt Dürers Frau Agnes, die für ihn die Geschäfte führt. Die Dürers engagierten Handelsvertreter, die auf Messen und Märkten in ganz Europa unterwegs waren. So wurden die Grafiken zur Haupteinnahme des Familienunternehmens. Nicht mehr die Aufträge von Adligen und Kirchen. Und wie Alfred Hitchcock seine Filme nutzt Nürnbergs Malergenie auch sein Werk immer wieder bewusst für Selbstauftritte. Zum Beispiel in einem Altarbild, das er für die deutschen Kaufleute in Venedig malt. Um eine Madonna mit Kind platziert er Papst und Kaiser, sodass eine Pyramide aus prächtigen Gewändern entsteht. Hinten rechts zeigt sich der Maler höchstpersönlich. Auf dem Zettel verkündet er stolz, in nur fünf Monaten habe ich, der deutsche Albrecht Dürer, dies 1506 geschaffen. Geschicktes Marketing. Oder auch eine gehörige Portion Selbstverliebtheit? Eitelkeit scheint in seinem Leben schon ein gewisses Laster gewesen zu sein. Au! Pass ein bisschen besser auf, bitte. Ein Bamberger Domherr, der hat etwas scherzhaft bemerkt, dass offensichtlich Dürer mehr Zeit vor dem Spiegel verbringt und seinen Bart zwirbelt. Und überhaupt keine Zeit mehr hat, sein Bild fertig zu malen. Das ist genug, vielen Dank. Dürers Briefe aus Venedig offenbaren, er nahm sich und andere durchaus gerne auf die Schippe. An einer Stelle macht er sich über die Nürnberger Herrenstube lustig. Dort darf er eigentlich nicht hin, das ist so eine Art Elite-Club in Nürnberg, die Trinkstube. Dann lässt er hier die eben auch grüßen, die Herren, und redet davon, wie sehr sie stinken würden. Und er habe extra Parfum bestellt, das er jetzt schicken würde, um es dort zu versprühen. Und dann zeichnet er eine kleine Karikatur, die ganz modern ein grinsendes Männlein zeigt. Warum Dürer ganz unvermittelt diese Zeichnung einfügt, ist nicht ganz klar. Es gibt durchaus Vermutungen, dass er hier im Schreibfluss war, dass er sich hier vielleicht verschrieben hat. Und er wäre jetzt kein Künstler, der aus dem Verschreiber nicht eben ein Bild machen würde. Das ist sozusagen das Konterpart zu seinem Selbstbildnis, indem er die Locken natürlich besonders schön malerisch ausführt. Über die Beziehung von Dürer zu seiner Frau ist viel spekuliert worden. Die Ehe wurde, wie damals oft üblich, arrangiert. Da Agnes aus besseren Verhältnissen stammte, beschleunigte die Heirat Dürers Aufstieg in Nürnberg. Aus der Ehe gingen keine Kinder hervor. Willst du die Hände aufhalten? Hier, schenke ich dir. Da Kinderreichtum als göttlicher Segen empfunden wurde, musste fehlender Nachwuchs für ein Ehepaar eine große Belastung darstellen. Diese frühe Zeichnung stammt aus dem Jahr der Hochzeit. Der junge Ehemann betitelt sie, nicht ohne Stolz, mein Agnes. Obwohl ganz einfach gestaltet, ist sie eines der anrührendsten Bildnisse, die Dürer geschaffen hat. Man kann wirklich sagen, dass sie eine Art Managerin war und wurde da leider sehr lange unterschätzt. Er war auf sie angewiesen in der Arbeit, im Vertrieb seiner Produkte. Weil seine Agnes ihm ein Leben lang den Rücken frei hält und sich um das Geschäft kümmert, kann Albrecht sich auf die Kunst konzentrieren. Er will Großes schaffen. Sein Name soll unsterblich werden. Immer wenn wir ein Kunstwerk sehen und denken, ah, das ist ein Rembrandt oder das ist ein Warhol, diese Idee, ein Werk mit seinem Schöpfer zu verbinden, das ist eine Erfindung Dürers. Er ist der Erste, der sein Werk signiert und mit seiner Person verknüpft. Dürer macht sich selbst zur Marke. Seine Initialen sind das erste Logo der Geschichte. Es dauert Jahre, bis Dürer das perfekte Monogramm gefunden hat. Ein typisches A bricht er auf und schafft so unter dem Dach Platz für das D, sodass die beiden Buchstaben eine Einheit bilden. Einer der renommiertesten Grafikdesigner Deutschlands ist Mirko Borsche. Er und seine Mitarbeiter entwickeln Monogramme und Logos für große Marken. Normalerweise, wenn du ein Monogramm angehst, gehst du vom Vornamen aus und der Vorname schützt praktisch du als Person die Familie. Sein Vater ist ja aus Ungarn, Familie ist Thürer vorher. Es könnte also sein, dass er versucht hat, an der Stelle eine Art Tor darzustellen. In dem Moment, wo er darauf gekommen ist, und das ist meiner Ansicht nach der modernste Schritt in der ganzen Geschichte, hat er es in seinen Bildern dann so verwendet, dass es mal auf einem Anhänger, auf einer Mauer, auf einer Schriftrolle, auf einer Truhe, auf einem Buch immer wieder irgendwo aufgetaucht ist. Und er nicht klassisch wie ein Künstler unterschreiben musste, sondern sein Monogramm Teil des Bildes wurde. Gerade Mirko Borsches Kunden aus der Modewelt suchen, wie Dürer, individuelle Unterscheidbarkeit. Also was wir hier sehen, ist total spannend, weil es ist eigentlich, wie wir versuchen, wenn wir ein Monogramm haben, erst mal das Umfeld abzuklären, in welchem Umfeld muss dieses Monogramm funktionieren. Zusammen mit Gucci, Fendi, Louis Vuitton, L'Eve. Und man merkt, dass dort eigentlich dieses Monogramm extrem gut funktioniert. Nicht nur heute extrem gut funktioniert, sondern so zeitlos ist, dass es auch später funktionieren wird. Wie erreiche ich Aufmerksamkeit? Das wusste Dürer schon vor über 500 Jahren. In der Vermarktung seiner Kunst war er absolut visionär. Also ich glaube, die Herausforderung heutzutage ist eben in dieser Markenvielfalt was zu schaffen, ein Monogramm, ein Zeichen, was eine starke Wiedererkennung hat, was bei AD eben dasselbe ist. Auch losgelöst von seinem Werk und man sieht dieses AD, denkt man sofort an Albrecht Dürer, klarerweise eins seines Selbstporträts, also erstmal ihn als Person, weil er sich selber ja auch als Marke verkauft hat. Und er eigentlich schon ein Markenverständnis hatte, wie man heute versucht, ein Markenverständnis als große Brand irgendwie in die Welt zu schicken. Bald ist Dürer in ganz Europa bekannt. Aber der Erfolg hat Schattenseiten. Seht, das vertragen Sie in Bologna auf den Märkten. Mit Dürers herausragenden Drucken ließ sich gutes Geld verdienen. Ein Fest für Fälscher. Wer hat das verbrochen? Man sagt, Marc Antonio Raimondi. Allein der Italiener Raimondi hat systematisch 70 Dürer-Nachdrucke angefertigt. Was erlaubt sich dieser italienische? Das ist eine Frechheit! Mithilfe eines kaiserlichen Privilegs hat er seine Werke und sein Copyright schützen und behaupten können. Und eine Nachahmung seiner Werke, zum Teil auch mit dem Dürer-Monogramm, war eben strengstens verboten. Wer Dürers Marke beschädigt, wird verfolgt. Und an seiner Technik feilt er so lange, bis sie nicht mehr zu kopieren ist. Thomas Sebening beschäftigt sich seit mehr als 30 Jahren mit dem Kupferstechen. Bei dieser Technik wird das Motiv ins Metall geritzt. Beim Gravieren darf der Stichel nicht ausrutschen, sonst ist die Kupferplatte unbrauchbar. Die Besonderheit ist natürlich, die Handhaltung, mit der ich diesen Stichel führe, verhindert ja, dass ich die Hand tatsächlich drehen kann. Das muss ich mit der zweiten Hand bewerkstelligen. Ich zeichne mit beiden Händen. Den Umgang mit Metall hatte Dürer in der Goldschmiedewerkstatt seines Vaters gelernt. So konnte er Technik und Kunst perfekt miteinander verbinden. Dürer war ein begnadeter Zeichner und konnte dann tatsächlich auch seine Bildideen ins Material umsetzen. Die Handwerklichkeit, die bewundern wir, aber die rückt eigentlich in den Hintergrund, wenn man diese Blätter anschaut. Für die Zeitgenossen Dürers dürfte so ein Meisterstich wie Ritter, Tod und Teufel eine unglaubliche Faszination ausgeübt haben. Das wirkt absolut realistisch, weil es eben so dreidimensional rüberkam. Die Farbe in den Kerben des Metalls wird mit tonnenschwerem Druck aufs Papier gepresst. So können Kupferstecher seit jeher feinste Linien erzeugen. Sie sind, wie man heute noch sagt, gestochen scharf. Dürers Kupferstiche sind in der Ausführung unerreicht. Ihr Inhalt gibt bis heute Rätsel auf. Kein Dürer-Werk hat Kunsthistoriker so fasziniert und sich ihnen so verweigert wie die Melancholia. Angefangen beim Titel, Melancholia 1. Da fragt man sich, gibt es also auch einen Teil 2? Das Monogramm und die Jahreszahl kennen wir, aber mit dem Rest stellt Dürer uns vor Rätsel. Etwa das magische Quadrat, in dem die Zahlen jeder Reihe die Summe 34 ergeben. In einer Reihe hat Dürer die Jahreszahl untergebracht, zusammen mit der 1 und der 4, im Alphabet A und D. Oder der seltsam geformte Stein mit 8 Kanten. Enthält er ein Gesicht? Zentral ist die Frauenfigur, deren Blick ins Leere gerichtet ist. Sie scheint tatenlos zu verharren und sich der titelgebenden Melancholie hinzugeben. Aber warum macht Dürer die Melancholie zu seinem Thema? War er selbst davon betroffen? Litt er gar an Depression? Welche Dämonen haben ihn im Leben geplagt? Viele moderne Künstler blicken in ihre Abgründe, um Kunst zu schaffen. Dürer ist der Erste, der es tut. In der Nacht nach Pfingsten habe ich geträumt, dass große Wassermassen vom Himmel fielen. Obwohl sie etwa 4 Meilen von mir entfernt waren, schlugen sie mit solch einer Grausamkeit auf die Erde, dass es nur so spritzte und rauschte und das ganze Land überschwemmt wurde. Davon erschrak ich so, dass ich erwachte und mein ganzer Leib erzitterte. Dürer nutzt alles, was das Leben zu bieten hat, für sich und seine Kunst. In den Briefen an Freund Pirckheimer offenbart sich eine weitere Seite. Männer korrespondieren hier in einer eigenen, in einer auch ziemlich frauenfeindlichen Welt. Mich düngt ihr stinkt von Huren. Solche Geschichten, solche Sätze, solche Aussagen, die platzen plötzlich so aus ihm heraus in seinen Briefen. Wir können aus den Briefen sehr schön lesen, dass Dürer einfach neugierig ist, wie es denn mit den salopp gesprochenen Weibergeschichten in Nürnberg stehe, wo er offensichtlich vorher auch nicht immer ganz unbeteiligt gewesen ist. Darf ich kurz? Die Finger ganz entspannt. Ja. Sehr schön. Schön zu bleiben. Der Künstler Dürer will den menschlichen Körper in seiner Gänze verstehen. Eine liegende Nackte hat die Forscher auf eine verblüffende Spur gebracht. Wenn man sich das Blatt genauer anschaut, wenn man wirklich sehr nah hingeht, dann sieht man einen Zirkeleinstich, man sieht unterschiedliche Linien, die im rechten Winkel zueinander stehen, die Achsen folgen, beispielsweise durch den Bauchnabel. Dürer möchte den nackten Leib nun auf mathematischer Grundlage entwerfen. Denn anatomisches Wissen, wie viele Maler seiner Zeit, besaß er nicht. Michelangelo, Leonardo und auch frühere italienische Kollegen haben tatsächlich Leichen seziert und hatten da ganz dezidierte Kenntnisse, wie ein Körper von innen aussah und wie der funktionierte. Und Dürer ging eben noch einen anderen Weg und versuchte mittels Konstruktion Körper zusammenzustellen. Wieder gibt Dürer sich nicht zufrieden, bis er die Zusammenhänge der menschlichen Proportionen vollständig ergründet hat. Einer wie er kann auch im Alter nicht zur Ruhe kommen. Mit knapp 50 ist Dürer in ganz Europa bekannt. Mit Agnes reist er nach Antwerpen, damals einer der reichsten Städte der Welt. Er wird empfangen wie ein Star. Doch Dürers Reise ist noch nicht beendet. Er will ans Meer. Im Dezember 1520 hört er von einem Wal, der an der holländischen Küste gestrandet sei. Dürer lässt alles stehen und liegen und versucht so schnell wie möglich dorthin zu gelangen. Doch zunächst will ihn niemand mitnehmen. Da draußen liegt ein Wal und es ist wirklich wichtig, dass ich an diesem Ereignis teilnehme. Was soll es kosten? Ja, kommen Sie mit. Vielen Dank. Mit einem Nürnberger Begleiter gelangt Dürer an Bord eines kleinen Frachtschiffes. Die Einträge in seinem Tagebuch erzählen von großer Kälte, auch Hunger und Durst. Doch Dürer hat nur noch das Naturereignis im Sinn, das er malen will. Ein aufziehender Sturm macht das Unternehmen zum lebensgefährlichen Abenteuer. Beim Anlegen spült eine Welle das Schiff wieder hinaus aufs Meer. An Bord sind nur noch zwei alte Frauen, ein Kind und der überforderte Kapitän. Was wollen wir tun? Was wollen wir tun? Das Regen ist spannend. Mit vereinten Kräften gelingt es, das Schiff wieder sicher in den Hafen zu bringen. Doch Dürers Anstrengungen werden nicht belohnt. Die Strömung hat das riesige Tier schon wieder ins Meer gespült. Und der Maler bezahlt seine Wissbegierde mit einem hohen Preis. Man vermutet, er habe sich auf der niederländischen Reise mit einer ansteckenden Krankheit infiziert. Dürer schickt seinem Arzt eine Zeichnung, deutet auf eine farbige Stelle und schreibt, Da, wo die gelbe Fleck ist, oder something like that, da tut es mir weh. Deutet Dürer auf eine geschädigte Milz? Nicht selten ist sie das Anzeichen einer Malaria-Erkrankung. Fest steht, bis zu seinem Tod wird er immer wieder von Fieber, Ohnmachtsanfällen und Kopfschmerzen geplagt. An Ostern 1528, mit 750 Jahren, abgezehrt und entkräftet, stirbt Albrecht Dürer in Nürnberg. Und hat sich schon zu diesem Zeitpunkt unsterblich gemacht. Heute ist er allgegenwärtig. Und seine Bilder geben immer noch Geheimnisse über ihren Schöpferpreis. Wir konnten Dürers malweise sichtbar machen, mit Hilfe der Infrarotstrahlen. Und wir haben dort eine geradezu atemberaubend genaue Unterzeichnung festgestellt, die fast den Charakter einer selbstständigen Handzeichnung hat. Mit der Zeichnung unter dem Gemälde hat Dürer das Selbstbildnis minutiös vorbereitet, um nichts dem Zufall zu überlassen. Als hätte er gewusst, dass es dieses Bild sein wird, das in den Köpfen der Menschen haften bleibt. Das Bild eines Malers, der vom Handwerker zum genialen Schöpfer wurde. Das Bild von Albrecht Dürer, Superstar. Das Bild von Albrecht Dürer